so das hier ist übrigens unser balkon und hier liegt ein teppich drauf der vor ungefähr zwei monaten von uns herausgestellt wurde weil er sehr gestunken hat ja in der zwischenzeit haben irgendwie neuen teppich bekommen ohne spaß der stinkt immer noch aber wirklich so richtig ekelhaft krass richtig süß ich habe wieder blümchen bekommen von lio sehr süß und jetzt guckt euch das an von emmy emmy hat mir auch blumen pflückt geht gar nicht mit meinen nägeln süß heute abend steht ein mädelsabend an und da dürfen vegane snack wraps nicht fehlen ich zeige euch jetzt das beste rezept und dafür braucht ihr einfach nur von iglo green cuisine die chicken nuggets mit cheese alternative die sind vegan denn zwei meiner freundinnen sind auch vegan und ich sag's euch leute falls ihr diese nuggets noch nie aus stein 19 24 24 24 25 27 27 28 29 29 20 29 20